Ich bin bei euch. Cheers, viel Spaß und ich freue mich gleich auf den Rundgang. Moment, einmal... Moment, wir sind noch nicht... Frau Einsmann... Sie eröffnen noch, aber wir trinken erst mal. Erst trinken wir. Guck, wir trinken erst mal. Gut, sehr zum Wohl. Der ist schon mal nicht schlecht hier, ne? So, Herr Oberbürgermeister, die offizielle Eröffnung naht und ist schon da. Bitte sehr. Liebe Wiesbadener, liebe Gäste, Soll ich das 38., die 38. Rheingauer Weinwoche offiziell eröffnen? Ja! Hiermit erkläre ich die 38. Rheingauer Weinwoche für eröffnet auf 10 friedliche, gute, einfach fantastische Tage hier in unserer Stadt. Viel Spaß! Dann wünschen wir noch viel, viel Spaß in den nächsten 10 Tagen. Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister. Sven Gerig, wir freuen uns jetzt auf den Rundgang, ne? Nehmen Sie mich mit!